Lehrreich, umfassend und verbindend. Mein Name ist Daniel Blumenthal. Ich arbeite für eine Telekommunikationsumnahme bei der Quickline. Ich habe mich für das Data-Triven Marketing entschieden, weil ich für das CRM verantwortlich bin, weil wir dort mit einer anständigen Datenbasis auch Marketing Automation betreiben möchten. Es hat eine sehr schöne und eine sehr umfassende Breite an Themen drin. Man geht vor Datenentstehung, über Datennutzung, über Datenanalyse bis hin über rechtliche Themen geht man sehr breit auf das Thema Daten ein. Das war mein Entscheidgrund. Und im Nachhinein noch meine Bestätigung, dass ich das richtige CSU-Squell für meine Arbeit habe. Ich denke, gerade im Bereich um die ganze Google-Welt herum, mit COSEA, verstehe ich meine Kollegen besser, wenn sie mit Anforderungen kommen, zum Online-Marketing zum Beispiel. Ich verstehe meine Business Peers besser, die Kampagnen machen, im Bereich Marketing Automation, was ihre Bedürfnisse sind. Der grösste Wissens-Transfer war meine Projektarbeit, die ich geschrieben habe, der Leistungsnachweis. Wenn wir konkurrent natürlich einmal einen Fall von Quick-Klein-Kampagnen umsetzen können. Ich würde es definitiv weiter empfehlen. Es ist definitiv geeignet für alle, die irgendwo im Marketingumfeld mit Daten zu tun haben. Und das hat in meinen Augen oder muss fast jeder haben. Es bietet der Reis dort um die ganze Daten herum, das CS, von Entstehung bis hinten aus ins Rechtliche. Und von dem her ist es ein Mehrwert für jeden, auch wenn er punktuelle Spezialwissen schon hat. Ich denke, das ganze umfassende Wissen, mitgegeben wird, ist sehr wertvolles Paket. Das war die Z蓋kampagnen. Das war die Z蓋kampagnen. Und was die Z蓋kampagnen ist wirklich sehr wert? Ich finde es bestimmt.